Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeonfreunde zu Legend of Grimborg, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind eigentlich jetzt mit den Enderlands durch, aber es gibt noch Orte, die wir uns noch angucken müssen, die wir uns halt noch nicht angeguckt haben. Hier zum Beispiel waren wir immer noch nicht drin, hier waren wir noch nicht drin und hier waren wir noch nicht drin. Und hier oben scheint es noch Insekten zu geben. Ja, wir können erstmal hier reinspringen, weil hier scheint was aufgegangen zu sein. The Tomb of Life und ein Schwert. Destiny Blade. Etwas schwächere Attack Power, dafür mehr Accuracy, Speed ist gleich. Vitality und Willpower. Nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Tomb of Life, er hat mehr als genug. Bei ihr geht es auch noch, bei ihm ist es auch okay. Okay, dann braucht es sie doch, weil die beiden... ...sind halt die da hinten. Gut. Damit können wir nur das Tor auf und zu machen. Sprich, Freund und Tritt ein. Und ja, das meinte ich hier. Hier sind Insekten zu hören. Gut, das heißt, wir können uns wieder zurückporten. Hier mal kurz aufladen gehen. Jetzt wollen wir die Bibliothek. Nehmen wir einfach mal den Weg hier. Hier war nichts Besonderes drin. Hier können wir durch. Da können wir immer noch nicht rein. Das macht den Teleporter aus, was mich immer noch ein bisschen stutzig macht. Weil hier ist eigentlich nichts zum Drücken. Hier waren überall nur die Schriftrollen. Da geht es in den Todestunnel. Ja, und da kommen wir halt auch nicht mehr raus. Okay. Machen wir mal den Teleport wieder an. Und das Licht ein bisschen heller. So. Ja, Airman's Library. Die andere. Das kann ich halt nicht wieder anzünden. Nachdem ich es gelöscht hatte. So, wieder extra Zeit in den Adderlands. Das ist gut. Das Bier bringt mich, glaube ich, nur zurück in den Hauptraum. Ja. Das heißt, ich werde... Oh, es ist noch offen. Das ist sehr schön. Jetzt bin ich wieder hier. Allerdings habe ich immer noch keinen Weg hier rein. Und ja, das hier ist, glaube ich, kein Dark Vortex, Alter, oder? Nein. Was macht der Knob? Äh, wo habe ich die Fackel hingeschmissen? Da. So. Der macht das. Der macht nichts. Nein, das macht er auch nicht. Das hier ist die Airman's Library. In der anderen Richtung. Oh, macht der vielleicht den Teleporter aus? Nein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Und wer da macht hier irgendwas dem Teleporter aus? Hier gibt es allerdings nur Bücher. Weil ich hätte schwören können, das war vielleicht, was dahinter liegt. Gut. Äh. Das mal an. Hast an. Wenn ich nämlich die deaktiviere, kommen wieder zwei von den Jungs. Ja. Die können schon etwas... ...garstig sein. Let's match. Aber nur, wenn es keiner von ihnen... ...äh, wenn es zwei von ihnen sind. Einen kann ich doch einige was ausmanifrieren. Äh. Sie hat Hunger. Habe ich noch was schweres zu essen? Blink-Gate ist kollapsed. Okay. So. Holen wir mal da das Essen raus. Da ist ein Schlüssel, den wir doch brauchen. Ja, wenn wir schon hier sind. Das Schild kann weg. Das kann weg. Hm. Das Destiny Blade kann auch weg. Die Dark Woodland kann weg. Stormboater brauchen wir. Eddoward Saber brauchen wir halt auch nicht mehr. Wir haben noch einen Mindstone übrig. Lauf am Webster Lost. Aha. Ein Mana-Track für dich. Transportation Scroll. Ah. Da können... Da können wir noch mehr Zeug reinpacken. Ich glaube, die anderen Sachen sind noch nicht voll. Okay. So, da sind nur noch Schriftrollen. Was haben wir noch in der Truhe? Auch nicht mehr viel. Hm. Na gut. Packen wir die ganzen Schriftrollen rein. Bei Gelegenheit bringen wir das Zeug einfach mal... Erst in die Adderlands. Dann den Teleporter. Also an den Eingang. Und dann... Irgendwann runter in die Minen. Beziehungsweise zu unserem... ...anderen Kristall. So. Main Meeting Hall. Da muss ich mal nachgucken. Das sollte ich mal aufheben. Hier sind überall Zettel drin. Night and Shadow dance together. Wing Red. Da, da, da. The Lich Lords. Ja, da sind ja doch diese... Only the Fall may pass Dinge. Ah, gut. Jetzt aber erstmal zurück in die Adderlands. Und wieder in die Decontamination Chamber. Ja, jetzt ist hier zugegangen. Okay. Au. Und hier auch. Hm. Jetzt ist auch hier zugegangen. Das ist ja blöd jetzt. Ach so, ich habe ja den Schalter umgelegt. Ah. Hm. Nö, das bringt dir dann jetzt hier nichts. Aber irgendwas war mit den Statuen in der Haupthalle. Ja, damit porte ich mich da rein. Bringt mir nichts. Hier könnte halt was sein. Da muss ich mich halt... Erst in Jo reinbegeben. Dann in A reinbegeben. Oder ich gehe einfach außen rum. So. So. Da muss ich in A rein und mich schnell shiften. Ah, das hat sogar nicht mal was ausgelöst. Sehr schön. Das macht das auf uns zu, okay. Hier war ich ja noch nicht mal. Hm. Okay, das ist One Way. Äh, ja. Okay, jetzt bin ich wieder beim Base-Eingang gelandet. Ja, ich. Achso. Hier war der Teleporter zurück und das habe ich ja jetzt abgelatscht. Hä? Okay, das heißt, das habe ich gecleared. Das heißt, ich muss immer noch die Library fertig machen. Geht's von hier aus eigentlich nicht weiter nach dort. Nein, nur da rein. Okay. Ich würde aber gerne nach Norden kommen, weil da höre ich geflattere. Und ja, ich muss mal die Gruppe satt machen. So. So.